Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung an die TU BIM. Thema ist schon genannt worden. Lernerfolge und Lernmotivation fördern mit E-Assessment. Ich arbeite in Bremen am Fachbereich Erziehungswissenschaft, betreue aber auch im Zentrum für Multimedia in der Lehre das E-Assessment Center der Universität Bremen. Das ist eines der größten Testcenter in Deutschland an der Universität. Und ich beschäftige mich da mit mediendidaktischen Fragen zur Gestaltung von Assessments. Insofern denke ich, dass ich ganz gut aufgestellt bin, um zu dem Thema Ihnen heute was zu erzählen. Mal schauen hier, ob wir da auch weiterkommen, sonst müssen wir es so machen, ist auch kein Problem. Die Agenda ist relativ vollgepackt. Ich möchte zunächst erstmal darüber sprechen, was für Effekte eigentlich Prüfungen auf das Lernen von Studierenden haben. Ich werde ein bisschen was über Kompetenzmodelle und ihre Umsetzung per E-Assessment erzählen. Ich werde ein paar Fehler vorstellen, wie man sie vermeiden kann beim E-Assessment. Ich werde ein paar gute Beispiele zeigen. Wir haben eine Befragung gemacht zur Akzeptanz von E-Assessment bei Studierenden. Die werde ich kurz vorstellen und zum Schluss werde ich was zu den Kosten und Benefits sagen der Implementation von E-Assessment an der Universität Bremen. Auch so ein bisschen in Richtung der Podiumsdiskussion, um da ein paar Zahlen mit hineinzubringen. Insofern ein relativ volles Programm. Fangen wir mal schnell an. In der Forschung wird ein Phänomen diskutiert, das heißt der Washback-Effekt, dass Prüfungen in hohem Maß das Lernverhalten von Studierenden bestimmen. Das heißt, wenn ich meine Prüfung ungünstig gestalte, dann führt das zu sehr flachen Lernverhalten von den Studierenden. Und insofern, das sollte man tunlichst vermeiden. Insofern würde ich tatsächlich als Hypothese aufwerfen, dass ihre Prüfung in hohem Maße das Lernergebnis ihrer Studierenden beeinflusst. Insbesondere inwieweit die nachher tatsächlich sich auch später noch, also was sie lernen und was sie sich nachher dann erinnern können. Große Schwierigkeit bei Klausuren, wenn zu sehr einfach nur Wissen abgefragt wird, dann führt das zu so einem flachen, die Studierenden sagen häufig Bulimie lernen. Das heißt, es wird einfach was auswendig gelernt, wiedergegeben und relativ schnell vergessen. Da gibt es auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts Untersuchungen von Ebbinghaus. Der hat sinnlose Silben gelernt und sich dann angeschaut, wie schnell man die vergisst. Und das geht rapide. Innerhalb von ein paar Tagen hat man schon über 60% des Gelernten wieder vergessen. Und vielleicht der eine oder die andere mag das noch so aus dem eigenen Studium kennen. Das Fächer, in dem man für sich sinnfrei gelernt hat, dass man da doch sehr, sehr viel von den Dingen wieder vergessen hat. Weiterhin können solche Reihenwissenstests die eigene Lehrveranstaltung unterminieren. Es kann ja sein, dass sie in ihrer Veranstaltung sehr handlungsorientiert mit den Studierenden arbeiten und die relativ viel machen lassen. Wenn die aber merken, dass in der Prüfung, die dann notenrelevant ist, etwas ganz anderes gefragt wird, dann geht die Motivation runter bei ihnen, überhaupt in der Veranstaltung mitzuarbeiten, weil die Note entsteht ja in einem ganz anderen Prozess. Die gute Nachricht, es gibt natürlich auch sogenannte positive Worschweg-Effekte. Das heißt, wenn ich die Prüfung entsprechend gestalte und darüber werde ich gleich sprechen, wie man es machen kann, dann kann man auch dahin kommen, dass die Studierenden tatsächlich tiefe Strategien anwenden beim Lernen und viel verständnisorientierter lernen. Und insofern, die Idee muss immer sein, verständnisorientiertes Lernen in Prüfungen zu belohnen und reine ausländischen Strategien zu bestrafen. Beim E-Assessment denkt man natürlich sehr häufig an Multiple-Choices und rechtsgeschlossene Aufgabenformate. Nur die erlauben eine vollautomatische Auswertung. Und die Frage ist, inwieweit, was man damit eigentlich abfragen kann. Wenn man versucht, Aufgaben ihren Anforderungscharakter zu strukturieren, dann landet man eigentlich fast immer doch wieder bei so einer überarbeiteten blumischen Taxonomie, die ganz unten Basisfähigkeiten hat, wie das einfache Erinnern von Fakten und das Verstehen und die sich dann langsam stufenweise hochschraubt. Das möchte ich ganz kurz ein bisschen erläutern. Also die erste Stufe wäre Erinnern, man kann etwas wiedererkennen, man kann etwas identifizieren oder etwas abrufen, eine Information. Das wird dann von den Autoren sehr stark nochmal ausdifferenziert. Der Vorteil, wenn man sich so ein Stufenmodell vornimmt, ist, dass man dort sehr viele Verben findet und dann schaut man sich im Endeffekt das Thema an seiner Lehrveranstaltung und überlegt sich, was müsste man dort eigentlich können. Das beschreibt man mit Verben und dann kann man das recht gut auf diese Stufen einordnen. Und wenn man sich dann seine Prüfung anschaut und man im Endeffekt doch immer nur Beschreibung hat, dass jemand etwas abruft, identifiziert oder wiederfindet, dann weiß man, dass man nur auf dieser ersten Stufe arbeitet. Darüber sollte man hinausgehen. Der zweite Stufe ist das Verstehen. Hier sind recht viele Verben, wie klassifizieren, zusammenfassen, Dinge vergleichen, Dinge erklären, kleine Modelle konstruieren, Dinge darstellen. Das ist noch relativ einfach zu konstruieren. Jetzt wird häufig der Fehler gemacht, dass man sagt, okay, ich möchte auch schwerere Fragen stellen. Ich möchte im Endeffekt die besonders guten Studierenden auch noch denen eine Möglichkeit geben, sich herauszuheben. Und was häufig gemacht wird, ist, dass man eigentlich auf diesen zwei Stufen bleibt und dass man dann die Schwierigkeitsgrad darüber erhöht, dass man einfach selten gebrauchtes Wissen nimmt. Also man guckt sich halt sein Hauptwerk an und dann geht man halt irgendwie in Kapitel 13, Absatz 4 und fragt dann da was raus. Und wenn das noch nicht reicht, dann nimmt man halt ganz selten gebrauchtes Wissen. Und da, wo es einfach die Schwierigkeit erhöht, man muss halt einfach mehr lernen, mehr auswendig lernen. Und das führt zu einer schwierigen Prüfung, aber nicht unbedingt dazu, dass wir jetzt kompetentere Studierende haben. Und ab einem bestimmten Punkt wird es dann eigentlich für die Studierenden auch nicht mehr sinnvoll, weil das einfach, damit es so selten ist, wird es dann zum irrelevanten Wissen und ganz zum Schluss wird dann vollkommen obskures Wissen abgefragt. Und so sollte es nicht sein. Und ich glaube auch, dass gerade also in der Technischen Universität die Gefahr nicht ganz so groß besteht, wie vielleicht an Fakultäten, zum Beispiel an wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, all dieweil, all dieweil sehr stark das Anwenden, zumindest die dritte Stufe, denke ich, an der Technischen Universität relativ einfach umzusetzen ist. Es gibt halt einfach viele Dinge, Regeln anzuwenden, Dinge zu rechnen, nachzuprüfen. Das ist eine Sache, die eigentlich noch ganz gut funktioniert und die ja häufig auch quantifizierbar ist und dadurch auch relativ leicht wiederum automatisiert zu erheben ist. Anwenden wir dann ausführen, durchführen, Anwendung, Gebrauch. Wir haben eine Formel, um irgendwas zu bestimmen und die müssen wir dann in verschiedenen Konstellationen anwenden. Vierte Stufe wäre dann das Analysieren. Gehen wir mal da nochmal in die Beschreibung hinein. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Differenzieren. Man legt zum Beispiel bestimmte Kennzahlen vor und die Studierenden müssen dann eigentlich entscheiden, welche Kennzahlen sind eigentlich für den Prozess, den ich jetzt hier beachte, eigentlich relevant. Welche muss ich auswählen, mit welchen muss ich weiterarbeiten. Beim Evaluieren geht es ums Überprüfen, ums Kontrollieren, aber auch ums Kritisieren und ums Urteilen. Da könnte man zum Beispiel das Überprüfen nehmen, man nimmt eine Konzeption für eine Industrieanlage und die Studierenden müssen sich das dann anschauen und sagen, was macht da Sinn, was macht da keinen Sinn, wo gibt es da Unstimmigkeiten, ist das zielführend, etc. Und zum Schluss das Erzeugen, das ist dann die Königsklasse, dass man etwas generiert, dass man etwas plant, dass man etwas konstruiert. Bei Prüfungen muss man natürlich immer beachten, wir haben nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Wenn wir jetzt nicht in Portfolioprüfungen rübergehen würden, also man könnte natürlich auch über das ganze Semester in der Architektur zum Beispiel jetzt einen Entwurf machen, das ist ja ein klassisches Verfahren dort, und das dann nehmen, um so etwas abzuprüfen. Wenn man das jetzt in zwei Stunden machen will, dann muss man die Dinge reduzieren und sich kleinere Teile dort hinausnehmen. Beispiel wäre also zum Beispiel das Planen, dass man eine Prozedur entwirft, um eine Aufgabe zu erledigen. Es gibt eine Anforderung und dann soll man damit umgehen. Also insofern würde ich immer sagen, dass eigentlich die technischen Universitäten schon mal die Grundvoraussetzungen mitbringen. Also es ist sicherlich, glaube ich, einfacher, in diesen Fakultäten sowas umzusetzen, als tatsächlich in geisteswissenschaftlichen Fakultäten, wo es also viel schwerer ist, solche Dinge automatisiert zu überprüfen. Also insofern würde ich sagen, also erstmal, erste Antwort ist, also E-Assessment sicherlich an technischen Universitäten hat auf alle Fälle ein Potenzial. Es wird dann nochmal unterschieden. Die Dimension des Wissens, das wurde früher nicht gemacht. Es gibt mittlerweile Unterschiede zwischen Faktenwissen, konzeptuellem Wissen, prozedualem Wissen und metakognitivem Wissen. Das kann man dann nochmal seine Inhalte danach aufdröseln, sage ich. Und das zeige ich gleich nochmal ein Beispiel dafür. Insgesamt, wenn man sich jetzt fragt, okay, wie kann man geschlossen auf hohen Taxonomiestufen prüfen? Erster Schritt sollte tatsächlich sein, reale Tätigkeitsfelder in Wissenschaft und Praxis sich anzuschauen und zu sagen, was sollen denn die denn eigentlich können mit dem, was ich in meiner Veranstaltung dort lehre. Eine authentische Materialsammlung, das ist hoch motivierend für Studierende, wenn die merken, aha, diese Dinge, die ich dort mache, die kann man tatsächlich ja später in Berufsfeldern anwenden und kann natürlich auch in E-Assessment-Software-Umgebungen einsetzen. Also die Absolventen werden ja zu einem hohen Anteil später an Rechnerumgebungen arbeiten und mit bestimmten Softwareprodukten Dinge umsetzen. Warum das nicht auch in der Prüfung machen? Das muss man natürlich dann vorbereiten. Also es ist recht unrealistisch, eine komplette, zum Beispiel in R, in der Statistik-Software, eine komplette Prozedur umzusetzen, sondern da wird man sicherlich eher einen vorgearbeiteten Source-Code geben, den man dann zum Beispiel überarbeiten muss, anpassen muss, debuggen muss, etc. Also das ist eine ganz spannende Möglichkeit, auch E-Assessment einzusetzen. Und zumindest bei Kurztexten gibt es mittlerweile auch ganz gute Verfahren, um teilautomatisierte Auswertungen zu haben. Also das heißt, dass man dabei, man wird geholfen dabei, Dinge auszuwerten. In den USA mittlerweile ist eine automatisierte Auswertung von Kurztexten an Colleges gang und gäbe. Da braucht man einfach nur genug Antworten, die man erstmal von menschlichen Ratern bewertet hat und dann wird halt über statistische Inferenzverfahren einfach dann analysiert, was ist eine richtige Antwort und das kommt dann mit einer sehr hohen Reliabilität heraus. Und die Verfahren entdecken auch, wenn jemand ganz komisch geantwortet hat, das muss sich dann halt wieder ein Mensch anschauen. Ich bringe Ihnen jetzt ein paar Beispiele von einem Kollegen von mir in Bremen, Lutz Medler, der arbeitet am Institut für Werkstofftechnik, weil ich dachte, das ist ein gutes Beispiel für Sie. Das Problem ist natürlich, dass ich jetzt von den Items, die ich zeige, überhaupt gar nichts verstehe. Aber dafür werden Sie umso mehr verstehen. Das ist eine Veranstaltung mit zwei Veranstaltungen pro Woche, 350 Studierende und im Bachelor, und das war auch der Grund für Lutz Medler, ein E-Assessment umzusetzen, 350 Studierende, das ist eine Zahl, wo sich das lohnt, ein E-Assessment umzusetzen. Und der hat etwas an die Blumische Taxonomie angelehnt, das Ulme-Kompetenzstufen-Modell genutzt. Dort wird ein bisschen vereinfacht, unterschieden in Reproduzieren, Anwenden, Verstehen und Kritisieren, Reflektieren. Und da werden auch wieder Fakten, Konzepte und Prozeduren unterschieden, die dann nochmal unterschieden werden. Und da gibt es dann so verschiedene Anteile, wie viel das sein soll. Darüber kann man so ein bisschen streiten, das Konzept ist eher in der Berufsausbildung entwickelt worden. Und dennoch gibt es erstmal eine ganz gute Struktur, eine Idee, wo man eigentlich hingehen will mit seiner Prüfung. Und ich werde jetzt einfach ein paar Items von ihm, also ein paar Fragen, Klausurfragen vorstellen. Das erste hier geht es einfach um einfaches Konzeptwissen, organisatorisches Konzeptwissen zu reproduzieren. Und was man jetzt hier sieht, ist eine Tabelle und ein Wert ist gegeben worden. Und dann hat man hier lauter andere Werte und Maßzahlen und Einheiten und soll die nun in diese Tabelle einfügen, an die richtigen Stellen. Das heißt, man muss das eigentlich wiedererkennen, was gehört eigentlich wohin, was ist überhaupt die richtige Einheit für Dichte, für Wärmekapazität und so weiter und so fort. Das ist also im Endeffekt auf der untersten Stufe, was man so machen können soll. Dann gehen wir so ein zweiter Konzeptwissen, organisatorisch anwendend verstehen. Und hier sind jetzt Phasendiagramme von Zwei-Stoff gemischen. Und ich lese mal vielleicht vor, das ist vielleicht ein bisschen klein. Jeweils zwei der sechs Diagramme gehören zusammen, da diese dasselbe Zwei-Komponenten-System beschreiben, ordnen sie jeweils zwei Diagramme zu. Also man muss jetzt in dieser Matrix hier, dann halt, wenn man denkt, dass zum Beispiel A mit E zusammengehören würde, D, dann klicke ich halt hier auf E und so ordne ich das zu. Das bedeutet, man muss ein Verständnis davon haben, was diese Grafiken dort eigentlich bedeuten und wie sie zusammenhängen und welche dann tatsächlich eigentlich das gleiche System dann bestreiten. Unten gibt es dann nochmal weitere Fragen, welche Diagramme kennzeichnen ideale Lösungen? Das ist dann, da kann mehr als eine Antwort richtig sein. Und für welche Diagramme geht das Raoulsche Gesetz? Auch da wieder muss man halt das anwenden können auf diese Diagramme. Also diese Art von Items, die sind in der Diskussion zwischen Luzmeda und mir entstanden, dass wir uns auch mal angeschaut haben, was zum Beispiel was wird in PISA gemacht. Und wir haben dann gemerkt, dass es eigentlich Diagramme eine ganz gute Möglichkeit ist, weil über Diagramme man muss erstmal was verstehen, was dort dargestellt wird und dann kann man neue Diagramme gestalten. Also die Diagramme wurden auch nicht in der Vorlesung dieser Form halt dargestellt, das ist auch wichtig. Sonst wird es sofort zu einer rein auswendig Lernaufgabe. Wenn man das halt, sonst gibt es einfach viele Leute, die nehmen sich, egal, 60 Diagramme können sie dort hin darstellen in ihrem Skript und dann fangen die an, 60 Diagramme auswendig zu lernen, anstatt das Prinzip dahinter zu verstehen. Genau, und auch hier ist es ähnlich Konzeptwissen, Ferge allgemeinern, Anwenden und Verstehen und auch da gibt es wieder bestimmte Diagramme zu verschiedenen Stoffen A, B, C und D und dazu gibt es dann Fragen und da muss man einfach so ein Diagramm lesen können und entscheiden können, welches von diesen Diagrammen dann tatsächlich eine Aussage zugeordnet ist. Und auch diese Fragen sind wieder nicht in der, also diese Diagramme in der Form waren sie nicht im Skript. Prozedurwissen, Techniken, Methoden, Anwenden, Verstehen, jetzt geht es schon bis, oder relativ hoch eigentlich schon. Auch hier gibt es unten einfach einen Formelsatz, der nochmal so zu Hilfe im Grunde dabei steht und den muss man dann halt einfach, also das Einfache ist, das kann ich nicht beurteilen, ob das Einfach ist, den muss man anwenden und kommt dann halt hier zu Zahlen, wobei dort auch immer tatsächlich so Toleranzbereiche eingegeben werden in der Software. Also wenn es nicht auf die Kommastelle geht, dann gibt es teilweise nicht die volle Punktzahl und dann kann man solche Bereiche einstellen, wo man sagt, also wenn man einigermaßen dabei ist, dann kriegt man halt bestimmte Anzahl von Punkten. Und das Fazit von dem Kollegen Medler ist, dass man auf alle Fälle sich anschauen muss, okay, was für Lernziele habe ich eigentlich in meiner Veranstaltung und die muss man mit den Prüfungsvorhaben abstimmen. Irgendwie vollkommen eigentlich selbstverständlich, aber dennoch wichtig, einfach nochmal sich anzuschauen, was habe ich denn alles in meiner Modulbeschreibung dort stehen, was will ich erreichen und das muss auch alles in der Prüfung vorkommen, denn sonst fangen die Studierenden an zu sagen, die zwei Vorlesungstermine, die brauchst du gar nicht hingehen, hast du überhaupt nicht abgefragt und so weiter und so fort. Er sagt, dass es ganz wichtig ist, nach dem Wie immer zu fragen und nicht nach dem Was und auch nicht nach Was ist korrekt, sondern vor allem Warum ist eine Antwort richtig. Also mehr in dieses Erklären kommen, dass man Dinge argumentativ erläutern kann und das kann man in Grenzen auch über Multiple-Choice abstimmen. Und nochmal hier nochmal ganz wichtig, Abbildung kann man nicht aus den Vorlesungen übernehmen, sonst wird es zu einer rein auswendig Lernerei. Die Vorteile, die er nennt, sagt, klar, schnelle Auswertung bei einer hohen Teilnehmerzahl, 350 Teilnehmer, wenn ich tatsächlich alles vollautomatisiert habe, dann ist das innerhalb der Abgabe ausgewertet, sozusagen. Die Studierenden sehen zumindest schon mal, wie viel Prozent sie richtig haben, dann wird nochmal angepasst, bei wie viel Prozent dann tatsächlich bestanden ist und wo nicht bestanden ist. Es gibt keine Probleme mit der Lesbarkeit bei Freitext, also in den Geisteswissenschaften tatsächlich, haben wir viele Kollegen, die machen auch E-Assessments, aber nur mit Freitexten, aber die sagen einfach, ich kann ungefähr 30 Prozent schneller die Texte lesen, als wenn Personen mit Krakelhandschrift dort 20 Seiten vollschreiben und ich das dann dechiffrieren muss. Und das ist tatsächlich ein Vorteil. Man kann kleinteilig prüfen, das kann ein Vorteil sein und was besonders gut ist, dass man eine Qualitätssicherung der Prüfung machen kann. Das System ist so aufgebaut, dass es immer Pools gibt, Fragepools, aus denen wird zufällig gezogen und da muss man sich natürlich dann nachher anschauen, waren diese Fragen ungefähr gleich schwierig. Man sieht auch, ob bestimmte Fragen überhaupt nicht funktionieren. Wenn ich eine Frage habe, die selbst gute Studierende zu hohen Prozentzahlen nicht beantworten konnten, dann habe ich ein Problem mit dieser Frage. Oder ich habe mir vorgestellt, ich will irgendetwas anwenden lassen und plötzlich was relativ hohes Niveau hat und plötzlich haben alle das richtig, dann habe ich irgendwo in meiner Frage irgendeinen Hinweis darauf gegeben, sodass es viel einfacher zu beantworten ist, als ich eigentlich dachte. Es gibt natürlich auch Nachteile. Es ist auf alle Fälle sehr zeitintensiv, sehr gute Fragen zu machen. In der Medizin zum Beispiel in den USA wird für eine gute Frage, die in den nationalen Assessment für Medizin eingesetzt wird, ungefähr 1.500 Dollar bezahlt für eine Frage, weil man halt eine gute Frage kommt und fällt nicht so aus dem Himmel. Insofern, und man sieht ja auch PISA zum Beispiel, da wurde auch sehr viel Aufwand in diese Fragekonstruktion gesteckt. Und jetzt machen wir Lehrende das halt plötzlich selber. Man muss dort schauen, inwieweit man tatsächlich Autorenkollektive bildet. Also ein Großteil von solchen Klausuren wird ja in Bachelor, in Grundveranstaltungen eingesetzt werden, wenn man so geschlossen prüfen will. Das heißt, man müsste eigentlich dahin kommen, dass man sich mit Kollegen doch absprechen kann, was ist so ein Kanon innerhalb der Grundausbildung. Und gerade in den technischen Bereichen, glaube ich, ist es auch leichter möglich, als wenn man jetzt im Bereich Philosophie oder anderen Bereichen dann sich da einigen müsste, dass es vielleicht ein bisschen schwer war. Als Nachteil, ich würde von Herrn Miller gesagt, dass man für diese Beantwortung dieser Fragen doch sehr exakte Deutschkenntnisse notwendig hat. Wir haben einen sehr hohen Anteil an internationalen Studierenden. Vielen Dank. Sehr hohen Anteil von internationalen Studierenden, auch aus China zum Beispiel. Und die haben große Probleme, weil in solchen Antworten es sehr genau darauf ankommt, dass man wirklich das ganz genau versteht. Nicht nur so ungefähr da durch die Tür, sondern sehr genau. Und da gibt es ein bisschen Probleme. Weiter, die Kleinteiligkeit der Prüfung ist auch gleichzeitig ein Nachteil. Und vor allem Rechenwege sind nicht abfragbar. Man kann das teilweise machen, dass man mit Zwischenschritten arbeitet und dann sagt man, trage den Zwischenschritt ein und dann geht man dann von da aus wieder weiter. Das Problem ist natürlich nur dadurch, offeriert man natürlich schon wieder. Das sind ja Schaffolds, die ich den Studierenden anbiete. Was könnte denn ein Zwischenschritt sein? Und dadurch erkläre ich denen ja schon wieder, wie man es macht. Ja, bei der Konzeption der Fragen, klar, jedes Mal, wenn Sie mit einer Software arbeiten, manche Sachen sind möglich, manche Sachen sind nicht möglich. Und zur Zeit kein Zeichen ist skizzieren möglich. Das könnte man sich nicht gut vorstellen, dass man mit kurzen Skizzen arbeitet. Wir beschaffen jetzt im Testcenter tatsächlich kleine Grafikteils an, dass die Studierenden in Prüfungen auch solche Skizzen anfertigen können, die dann vorliegen. Insofern, nochmal zusammenfassend motivieren, prüfen, denke ich, sollte man auf alle Fälle versuchen, höhere Taxonomiestufen zu erreichen, authentische Aufgaben zu nutzen. Und dann gibt es ein Verfahren, das heißt Confidence-Based Marking. Also wenn Sie mit Multiple Scheuss arbeiten, über das Confidence-Based Marking ist es so, Sie können angehen, ob Sie sich ganz sicher sind, eine Aufgabe richtig zu wissen. Und dann kriegen Sie mehr Punkte. Wenn Sie das dann aber falsch haben, kriegen Sie dann dafür auch mehr abgezogen. Und da gibt es ein paar Studien von Kollegen aus England, dass das tatsächlich dazu führt, dass die Studierenden mehr auf Verständnis lernen. Weil man kann sich richtig sicher sein, kann man sich halt nur, wenn man es gut verstanden hat. Und die Problematik ist nur, wir würden das ja gerne einsetzen in Bremen. Nur wir haben mittlerweile in Deutschland ein Gerichtsurteil, das das Abziehen von Punkten sehr schwierig macht. Insofern, da muss man also, wo ich heute nicht so richtig darauf eingehe, ist das Thema Prüfungsordnung. Das ist ein eigenes Thema für sich. Sehr, sehr komplex im Kontext von ESS-Mail. Wir mussten teilweise Prüfungsordnungen ändern, um das überhaupt einsetzen zu können. Da muss man auf alle Fälle drüber nachdenken. Wenn man, jetzt gehe ich so ein bisschen ins praktische Multiple-Choice-Test erstellen, der größte Fehler, der gemacht wird, ist, dass die sogenannte Test-Wiseness eigentlich geprüft wird und gar nicht das tatsächliche Wissen. Weil es gibt bestimmte Regeln, die ein Student anwenden kann und etwas beantworten kann, ohne es zu wissen. Und machen wir jetzt mal einen kleinen Test-Wiseness-Test. The answer of this one refers to an Overture, Mountain, Building and Misnomer. A, sagt man. Warum A? Genau. Das ist ein grammatikalischer Fehler. Alle anderen fangen nicht mit einem Vokal an. Das heißt, da würde nur Ä stehen und nicht N. Und das gibt schon den Tipp, was eigentlich richtig ist. Und das liegt daran, dass die Autoren eigentlich erst mal das Richtige konstruieren. Und dann braucht man ja noch ein paar falsche. Die werden dann eingestreut. Und da guckt man nicht mehr so genau drauf. Genau. Grammatikalische Hinweise. Das ist noch relativ einfach zu finden eigentlich. Wenn man es... So. Dann haben wir hier eine Frage... Also das simuliert so das Wissen eines Studierenden, der sich nicht richtig gut vorbereitet hat und jetzt in ihrer Klausur sitzt. Und diese ganzen Begriffe ungefähr ihm so vorkommen. Was würden Sie... Wo würden Sie... B? Warum B? Bitte? Genau. Da kommt dieses Wort nochmal vor. Und wenn ich das halt gar nicht weiß, wenn dann Wiederholung aus dem Wortstamm ist, naja, wenn ich gar nichts weiß, dann nehme ich das. Und so kann man also tatsächlich über die Wahrscheinlichkeit halt hinauskommen. Wenn es hier eine Frage gäbe, was könnte die richtige Antwort sein? Also das ist nur eine Richtige. Das ist jetzt hier B. Warum B? Ja, ja. Das ist nicht so lang. Genau. Ganz logisch eigentlich. Also die klassische Logik. Also wenn nur eine richtig sein kann, dann kann er besiegt, niedergeschlagen, unterworfen. Die sind ja alle Synonyme. Und da sind schlechte Distraktoren hergestellt. So, jetzt gehen wir mal in die grünländische Folklore oder so. So, Sie brauchen noch einen Punkt, um zu bestehen. Was würden Sie jetzt anklicken? Bitte? D? Warum D? Genau. Es ist ja häufig so, dass wenn man was wirklich allgemeingültig in so eine Frage als Antwort hinein machen muss, dass man ja irgendwelche Ausnahmen noch ausklammern muss, weil das ja sonst nicht so richtig ist. Und genau, also zur Not die längste Alternative nehmen. Irgendeinen Nebenfall, der musste noch ausgeschlossen werden. Okay. Und ja, welche von den vier soll es sein? A. Warum A? Genau. B, C, D ist alles Commonwealth. Nepal nicht. Dann nehmen wir halt das, was irgendwie so ein bisschen raushängt. Da hat jemand einfach bei seinen Distraktoren einen angefangen und dann noch ähnlich dazu welche konstruiert. Das ist so ähnlich wie beim Grammatikalischen. Was ist hier das Richtige? C. C. Warum? Das Reben geschrieben. Genau. Alle sind falsch geschrieben und das passiert relativ häufig, weil sie einfach, sie machen ihre Distraktoren, die schreiben sie dorthin, ja gut, das sind ja die Falschen, ich gucke mir nochmal die Richtige an und die Falschen werden sich nicht mehr so viel angeschaut. Also das ist natürlich ein extremes Beispiel jetzt, aber es muss ja nur eins falsch geschrieben sein. Da kann man schon davon ausgehen, ah, das ist falsch geschrieben, das kann schon mal nicht sein. Und das erweitert dann ja schon den Lösungsraum. Aha, das ist nicht, dann könne das auch nicht stimmen und zack hat man da, da ist man plötzlich auf eine 50-50 Chance, wo man vorher 1 zu 3 halt war. So, und jetzt die letzte, das ist die letzte. Das ist gemein. Also wenn man gar nichts weiß, dann nimmt man immer das Dritte. Weil viele Autoren dann immer sagen, das Erste und das Vierte, da steht so eine gewisse Tendenz, das nicht zu nehmen. Also bei unseres Systems zum Beispiel wird das gemischt einfach jedes Mal. Also jeder Student hat das auch anders. Also selbst wenn zwei Studenten nebeneinander sitzen, wenn die zufälligerweise gerade dieselben Items hätten, sind trotzdem die Antworten noch normalerweise vermischt. Wobei beim Lutz-Meter-Foren, bei diesen Aufgaben kann man das nicht machen. Aber insofern, also es gibt sozusagen für Studierende so richtige Sheets für das Test-Wiseness. Wie geht man da vor? Und da kann man seine Ratewahrscheinlichkeit bei schlecht konstruierten Multiple-Choices deutlich erhöhen. Das heißt, man muss natürlich auf der einen Seite erstmal die Personen, die sowas machen, schulen. Wie macht man einen guten? Man kann zum Beispiel auch mit übersaturierten Multiple-Choice-Auswahlen arbeiten. Das wird mittlerweile viel in Medizin gemacht. Dort wird zum Beispiel gefragt nach einer bestimmten Medikamentengabe. Und da muss man ein Medikament auswählen. Man hat dann aber den kompletten, so einen kompletten Katalog von 1000 Medikamenten. Und da muss man im Grunde eigentlich wissen, wie das heißt. Und dann sucht man sich das nur noch raus aus dieser Tausenderliste. Da ist halt nichts mehr mit irgendwie Raten. Also die Ratewahrscheinlichkeit geht gegen Null. Ganz wichtig sind halt gute Distraktoren. Also Distraktoren sind idealerweise eine falsche Antwort, die aber wahnsinnig plausibel erscheint. Und wie kommt man zu Distraktoren? Also am besten macht man erstmal die Klausuren in offenen Durchläufen und schaut sich das dann an, was die Studierenden da schreiben. Und die Sachen, die häufig kommen, die aber falsch sind, das sind gute Distraktoren. Weil das irgendwie scheinbar für Studierende plausibel ist, dass das richtig ist. Und so geht man davor. Und nochmal dieses Confidence-Based Marking, das ist auch eine Gegenmaßnahme. Genau. Schulung der Autoren ist also sicherlich eine ganz wichtige Sache. Ansonsten, es gibt natürlich eine wahnsinnige Menge an verschiedenen Itemformaten. Die Kollegin Kathleen Skeleisi von der Universität in Oregon, die hat versucht, das mal so ein bisschen aufzudröseln. Ich zeige mal so drei, vier kleine Beispiele. Das wäre jetzt so ein ganz einfaches erstmal, dass die Nahrungspyramide ist nämlich vollkommen falsch dargestellt. Und jetzt kann man erstmal sagen, ist das richtig oder falsch? Okay, einfache Frage. Aber dann wird danach nochmal gefragt, warum hast du denn jetzt Nein gesagt? Warum ist denn das jetzt eigentlich genau falsch? Und da wird es dann schon ein bisschen differenzierter in der Analyse dessen, was da eigentlich falsch ist und was nicht. Da kann man dann besser abtesten, ob jemand eigentlich das Grundprinzip von der Ernährungspyramide verstanden hat. Finden Sie mal auf den Kellogs-Packungen hinten. Da steht dann immer ganz viel Kellogs-Essen. Das ist so ein Beispiel. Da wird einfach, das ist eigentlich sehr simpel. Man hat hier ein Modell und soll jetzt sagen im Endeffekt, okay, irgendwas ist hier falsch an diesem Modell und das soll man identifizieren. Und klar, es kommt kein Licht aus den Augen, sonst sehen wir irgendwie so ein bisschen komisch aus, ein bisschen unheimlich, sondern das Licht wird natürlich vom Baum reflektiert und landet dann in unseren Augen. Und sowas kann man sich jetzt größer vorstellen. Sie können natürlich irgendeinen Schaltplan darstellen und sagen, okay, ich habe jetzt hier drei Fehler versteckt und dann muss man die halt zum Beispiel identifizieren. Das ginge zum Beispiel eigentlich ganz gut. Hier werden Kurztextantworten verlangt, auch wieder im Endeffekt ein grafischer Stem, also das hier, was ist die Aufgabe, worum geht es. Man hat eine schlechte Darstellung von der Größenverteilung in der Klasse und muss dann halt was dazu schreiben. Es gibt dann so Dinge wie, wo man eine Art Mindmaps oder Strukturmodelle darstellen muss. Das ist gar nicht so leicht. Also ich zum Beispiel habe gemerkt, wo ich mir das mal angeschaut habe, dass ich gar nicht so viel weiß überhaupt über das System in den USA. Dann kam auch wirklich nur Quatsch raus bei mir. Also wenn man so eine Struktur aufbauen muss, kann das relativ komplex werden, aber prinzipiell ist das natürlich dann auch eher eine Wissensabfrage. Auch hier, das sind dann so Sachen, wie der Herr Medler sie dann auch eingesetzt hat, dass man dann zu einem, zu einer Aufgabe mehrere Aussagen hat, die man dann beantworten soll. Das ist ein Beispiel für den Versuch, es gibt auch die Mitarbeiter mehrere Systeme, die versuchen, das Thema Beweisführung umsetzbar zu machen, wo man einfach zumindest den Ablauf dann dort hineinzieht. Die Problematik ist natürlich immer, dass bei solchen Systemen, also es gibt natürlich auch viele Leute, die lernen einfach Beweisführung auswendig. Das ist insgesamt ein großes Problem, weil in der Klausur eine Beweisführung von etwas zu verlangen, was man noch nie bewiesen hat, was man noch nie in der Übung gemacht hat, ist sehr herausfordernd, würde ich mal sagen. Und da hat man immer die Gefahr, dass die Personen eigentlich die Sachen dann auswendig lernen. Also gerade bei Beweisführung, finde ich, gibt es relativ wenig Varianten in der Aufgabenstellung, womit man die dann in eine Klausur hineinbringen kann. Bei einer Anwendung im Kontext von Verfahren ist das eigentlich einfacher. Und das ist ein typisches Beispiel einfach für eine offene Textantwort. Es gibt, wenn man sich jetzt mal ein bisschen löst von diesen Multiple-Choice-Fragen, gibt es relativ viele Möglichkeiten, noch darüber hinausgehend zu prüfen. John C. Lee Brown, langjähriger Leiter des Sirius Park und auch Ingenieur, der sagt immer, das Wichtigste ist eigentlich, man soll nicht mehr den Leuten lehren über etwas, sondern man soll den Leuten lernen, etwas zu sein. Also wenn ich halt jetzt Verfahrensingenieur bin und Verfahrensingenieure ausbilde, dann sollte ich denen zeigen, was macht eigentlich ein Verfahrensingenieur und sollte die dahin bringen, dass sie das machen können. Also das sind diese authentischen Dinge. Und wir haben versucht, mal auch diese E-Assessments in Gestaltungsdimensionen aufzudröseln. Und wir denken, also was interessant ist, mittlerweile durch den Rechner, man hat ja jetzt nicht nur einfach einen Text mit ein paar Checkboxen, das wäre ja das, was man auf dem Papier machen kann, sondern was ist eigentlich jetzt das, was jetzt neu dazukommt. Wir können halt authentisches Material mit hineingeben, und wir können Medien hineintun, heißt, wir können zum Beispiel ein Video hineingeben, wo jetzt jemand reinkommt und die Aufgabe erklärt. Und dann haben wir zusätzlich Konstruktionszeichnungen und wir haben einen Computer-Code, den wir dabei ausprobieren müssen. Und darüber hinaus gibt es noch Interaktivität, die zeige ich gleich, die ist aber extrem aufwendig und teuer. Simulation ist eine Möglichkeit. Es gibt ein Projekt, das versucht, die Führerschein-Prüfung am PC zu einer Simulation zu machen. Also die theoretische Prüfung mittlerweile arbeitet sogar schon mit solchen Dingen. Man hat gemerkt, es gibt in diesen Prüfungen ja häufig so Bilder, von links kommt so ein weißer Bus und wer hat jetzt Vorfahrt. Und man hat gemerkt, dass viele Leute gar nicht die Regel verstehen, sondern die lernen einfach nur, wenn links ein weißer Bus ist, dann muss ich das Kreuzchen machen. Und das Problem ist, dass die fahren dann durch die Stadt und dann kommt irgendwie von links ein roter Bus. Habe ich nichts dafür. Und insofern, das wird hier simuliert, indem einfach die Aufgabe zwar die gleiche ist, aber tatsächlich mal kommt ein Bus oder es kommt ein Motorrad oder sonst was, aber man muss natürlich dann trotzdem wissen, aha, okay, ich bin auf der Vorfahrtsstraße oder das ist ein Kreisel etc. Aber das ist natürlich für Uni wahnsinnig aufwendig. Was gemacht wird in Uni, ist zum Beispiel in der Medizinausbildung Simulation. Das ist ein Bild von Hans. Hans ist eine Patientenpuppe und der kann man auch richtig was injizieren etc. Und wenn man hier halt das Falsche injiziert und zu viel, dann muss man die Simulation mal starten. Und das ist halt so eine Idee, wie man tatsächlich sehr authentisch machen kann, was dort passiert. Also das können wir natürlich auch mit Leitanlagen, von Industrieanlagen etc. machen. Aber gut, die Mediziner, die haben auch immer sehr viel Geld. Das ist auch sehr, sehr teuer, sowas durchzuführen. Aber das ist natürlich auch ein Politiker klarzumachen, dass wenn sie dann da drauf liegen, dass das auch gut passieren soll. Insofern ist ja nichts zu teuer. Das ist eine Anwendung von Kollegen aus Hamburg, CyQuest, die machen ein sogenanntes E-Recruitment. Die mixen, das ist also eine Bewerbung im Endeffekt. Sowas kann man sich natürlich auch vorstellen für die Unis. Also wenn sie neue Studierenden anwerben wollen und denen eine gute Vorstellung davon geben wollen, was eigentlich bei ihnen im Studium passiert. Also dass sie nicht nachher dann vollkommen entsetzt sind, was sie dann alles dort machen sollen. Und sie sagten, ich wollte doch eigentlich nur Autos bauen und jetzt muss ich irgendwie hier irgendwelche integralere Rechnungen machen. Die machen das so, eine Simulation von einem im Grundeart ein Informationsgespräch. Die Person dort ist die Hamburger Stadtverwaltung und die erzählt ein bisschen was über das, wie man dort arbeitet. Also man könnte was über das Studium erzählen. Sie fragt aber auch Dinge ab. Also was ist die Hamburger Bürgerschaft und so weiter und so fort. Und nachher kriegen die dann so eine Rückmeldung. Das ist ein reines Self-Assessment, dass sie zum Beispiel eigentlich überhaupt keinen Plan darüber haben, wie das funktioniert in der Hamburger Bürgerschaft und ob sie wirklich... Und die merken auch ein bisschen, aha, was macht man da? Habe ich mir eigentlich nicht so vorgestellt. Vielleicht suche ich mir doch nochmal was anderes. Oder die Leute sagen halt, ja super, das ist klasse und sie haben auch viel Vorwissen und dann kommt man halt raus und sagt, Mensch, bewerb dich doch bei uns. Es geht so weit, dass IBM zum Beispiel, die haben sich überlegt, wie können wir testen, ob Personen online gute Managementfähigkeiten haben und die haben dann Führungsnachwuchs in World of Warcraft mehrere Wochen halt spielen lassen und Gilden führen lassen und haben das dann halt evaluiert. Das ist schon so ein bisschen far out, aber es ist sehr interessant, also dass man sich anschaut, wie kann ich denn eigentlich authentische Umgebung schaffen, wo man wirklich Performance zeigen kann. Da muss man halt im jeweiligen Anforderungskontext sich überlegen, wie kann man das machen. Zum Bezug E-Assessment-Kombination-Lehre möchte ich Ihnen die Khan Academy vorstellen. Kennt jemand die Khan Academy? Toll. Eine Person nickt? Ne, niemand. Okay. Khan Academy ist, das ist Salman Khan eigentlich, vor ein paar Jahren hatte seine Nichte in den USA, die hatte Schwierigkeiten in Mathe und dann hat er ja so ein Erklärvideo gemacht und dann hat er sich gesagt, ach wieso nur meine Nichte schicken, können sich ja auch andere anschauen, hat es auf YouTube hochgeladen und die Nichte hat zwei Noten besser gemacht und irgendwie alle fanden es ganz toll und mittlerweile gibt es von ihm 2100 Erklärvideos, in dem er das komplette Inhalt der K1-12, der US-amerikanischen Schule, High School, Mathe und mittlerweile erklärt er auch Chemie und Physik und so weiter und so fort, ein moderner, universal Gelehrter sozusagen und das Interessante ist natürlich, also er hat eine Non-Profit-Organisation daraus gemacht, kriegt viel Unterstützung von der Melinda und Bill Gates Foundation und Google und so weiter und so fort und er hat mittlerweile das kombiniert mit einem Übungssystem und das will ich Ihnen kurz zeigen. Hier nochmal kurz, also 2100 Videos, es gibt dann halt zum Beispiel Algebra, das sind die ganzen Videos zu Algebra und also es gibt 2100 sind natürlich viel, also das heißt, es sind sehr kleinschrittig werden die Inhalte dort aufgearbeitet und er hat hier ein Übungssystem, also man kann ganz einfach anfangen, das ist jetzt Subtraktion 1, Sie sehen, ich löse hier Aufgaben, also tut mir leid, dass ich jetzt sowas Einfaches jetzt hier gemacht habe, weil ich, wenn ich jetzt Integralgleichungen und sonst was hätte machen müssen, dann hätte ich es noch nicht nicht so schnell beantworten können. Ich weiß noch nicht, ob ich so viele in einem Streak gehabt hätte, Sie sehen, es geht hoch, ich mache hier also dauernd richtige Antworten, das geht rechts hoch, da haben die im Endeffekt das alte Mastery Learning ausgepackt, die haben gesagt, wir wollen nicht eine Person haben, die eine 2 in der Klausur schreibt, wir wollen eine Person haben, die in diesem Themenbereich 100% hat. Jeder hat 100% und dann geht es weiter. So ist das Konzept. Nicht irgendwie, jemand ist gerade so einigermaßen durch die Klausur gekommen, sondern jeder, der hier rauskommt, kann das. Jetzt sieht man hier, es gibt so einen Fähigkeitsbaum, die Leute, die Online-Rollenspiele spielen, die kennen das sicherlich. Man hat irgendwie die Fähigkeiten, so einen Fähigkeitenbaum seines Charakters und hier habe ich jetzt halt nicht mehr irgendwie irgendwelche Zaubersprüche, Feuerball und Eisregen, sondern ich habe jetzt hier plötzlich Addition, Subtraktion, Multiplikation, mit denen ich natürlich im Berufsleben viel mehr anfangen kann, als mit meinem Eisregen und meinem Feuerball, weil Subtraktion, Addition kann ich tatsächlich machen, Eisregen nicht. Und was man jetzt hier gesehen hat, ich habe jetzt gleich angeboten gekriegt, was ist der nächste Schritt, das ist also ein hierarchisches Kompetenzmodell, was gehört wie zusammen und wenn ich was nicht könnte, dann gibt es hier immer ein Video dazu, wo mir dann was erklärt wird. Also das wäre zum Beispiel eine Form des modernen Übens heutzutage und dann hat man für sich selber so ein Dashboard, wo man sich dann anschauen kann, aha, wie ist mein bisherer Lernerfolg, wo habe ich meine Zeit drauf gesteckt und jetzt gehen wir mal genau, gucken wir in den Fokus, was habe ich bisher gemacht, okay, ich habe Addition, Subtraktion, Multiplikation bisher, das sind so meine Zeitaufwand und dann gibt es noch eine sehr schöne Tabelle, hier ist der Komplett, das könnte man sich vorstellen wie so ein Modul, Rafter, welche Lernziele gibt es da, was habe ich bearbeitet, was habe ich zu 100% gelernt, wo muss ich noch arbeiten, die Sachen, die halt rot werden, die werden dann orange. Also insofern eine ganz witzige, spannende Idee, wie man gegebenenfalls so Spielideen mit hineinbringen kann in Übungen, was ich besonders gut finde, ist, das ist ja der Vorteil von E-Assessment, dass man es halt nicht nur für Prüfungsprozesse nehmen kann, sondern auch für Übelprozesse. Also diese ganze Idee, viel mehr Feedback reinzubringen in Lernprozesse, kann hierdurch sehr schön umgesetzt werden. Ich habe vorhin erwähnt, natürlich, was man auch machen kann, ist, dass man die Studenten über ein Semester natürlich Dinge machen lässt, das kann man dann tatsächlich dann per Video festhalten, also das mache ich sehr viel mit meinen Studierenden, dass die dann Zwischenpräsentationen auf Videos zum Beispiel machen, das dann reflektieren und dass das dann in ein Portfolio eingebunden wird und dann tatsächlich genutzt wird für die Benotung. Man kann die natürlich auch Blogs zum Beispiel schreiben lassen, wo sie ihren Lernprozess dokumentieren und wir haben mittlerweile einige Veranstaltungen, die tatsächlich so funktionieren und dann gibt es für uns, wir haben selber ein kleines Tool, wo wir dann uns zu den Aufgaben so eine Übersicht haben, wer hat denn jetzt eigentlich alle Aufgaben ordentlich bearbeitet und das Interessante bei dem Werkzeug ist jetzt, also links werden eigentlich die Namen, die habe ich natürlich unkenntlich gemacht, dass wir, dass auch die Tutoren hier drauf Zugriff haben, so dass ich nicht mehr alles machen muss, die Tutoren tragen das dann ein, wer hat was gemacht und ich habe dann nachher zum Schluss eine Übersicht, wer kann überhaupt einen Schein bekommen, etc. Also das sind ganz, also auch da gibt es Möglichkeiten, E-Assessment sinnvoll einzusetzen. Weitere Beispiele für sowas sind, dass man Source Code nimmt, den lässt man analysieren, debuggen, ich gucke mal gerade, Analyse von Unternehmenskennzahlen, Interpretation von Laborwerten, also eigentlich gibt es ganz viele Sachen, die man machen kann und die besten Ideen kommen aus der Praxis der Anwendung, also entweder in meinen Forschungskontexten, was müssen da die Studierenden eigentlich machen und, oder was müssen sie im Beruf machen. Abschließend möchte ich die Präsentation mit ein paar Daten aus der Uni Bremen, wir haben ungefähr 20.000 Studierende, also eine mittelgroße Universität, ungefähr 70.000 bis 115.000 Prüfungen pro Semester, also einzelne Prüfungsleistungen und die Tendenz ist eigentlich eher steigend durch den Bachelor, es wird eigentlich mehr geprüft und umgerechnet sind das ungefähr 500 Prüfungsleistungen pro Semester, pro Professor und das ist halt so, da fängt halt so die Schmerzgrenze irgendwie an, wo dann gesagt wird, okay, wir müssen das machen. In Bremen haben wir so ein S-Pfad zur Einführung von E-Learning-Diensten, wir fangen eigentlich immer an, erstmal mit einem Pilotprojekt diversifieren das dann in die verschiedenen Fachbereiche und wenn wir dann genug Erfahrung damit gehabt haben, dann etablieren wir das und zum Schluss ist es dann institutionalisiert, überall verfügbar als Dienst. Wir haben in dem Zuge einen Testcenter eröffnet, Ende 2007, das ist ein extraer Raum an der Universität mit 120 Rechnern, also an denen Tests gemacht werden. Das Ganze läuft, dann läuft eine Software L+, das ist eine Entwicklungspartnerschaft eingegangen worden mit einem lokalen Softwareprovider in Bremen, die machen auch Tests für Privatpiloten, Tests, die haben sehr viel Erfahrung damit, was passiert, wenn der Client kaputt geht und man auf einen anderen Client gehen muss, weil der Rechner halt kaputt ist oder was passiert, wenn der Server nicht mehr da ist und kann das trotzdem weitergeführt werden, weil die Problematik ist, die Studierenden sind natürlich, das ist eine Prüfung und das ist sehr wichtig für sie und da darf einfach technisch nichts, aber auch überhaupt nichts schief gehen, weil sonst hat man sofort Asta und alles mögliche, also dann hat man keinen Spaß mehr. Hier sieht man so ein bisschen, okay, wie sieht das aus, die Software, wir haben sie Usability befragt, die Studierenden sind ganz zufrieden damit, so sieht das dann aus. Also man sitzt sehr nah, das macht nichts wirklich, weil die Fragen ja durcheinander gewürfelt werden, hier sieht man mal ein paar Leute, die es austesten, das sind keine echten Studierenden und daneben ist ein Serverraum, wo die ganzen Server dann stehen und das ist nochmal hier der Plan, hier sieht man die Technik, das heißt, dieses ganze System kann auch komplett vom Internet runtergenommen werden und es gibt halt so verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, dass sich dann jemand einhackt und dann irgendwelche Aufgaben manipuliert oder eigene Ergebnisse. Es gibt eine relativ breite Angabe von möglichen Itemformaten, das geht halt von ganz unten den Single-Choice bis zu den Freitagsfragen und was zusätzlich ganz spannend ist, dass wir halt tatsächlich Multimedia, also Videos, Audio anbieten können, wir können Software tatsächlich nutzen und es gibt auch einen kontrollierenden Internetzugang, insofern bietet das System schon relativ viel, aber wir müssen mal schauen, wie weit die Entwicklungspartnerschaft ist über ein paar Jahre geschlossen, jetzt schauen wir mal, mittlerweile entwickelt sich natürlich auch viel im Open-Source-Bereich. Ein paar Statistiken, wie viele Prüfungsleistungen insgesamt, also wenn jetzt hier zum Beispiel Wintersemester, die Wintersemester sind immer ein bisschen mehr, ungefähr 5000 Prüfungsleistungen, das heißt, das sind jetzt nicht 5000 Klausuren, sondern es sind 5000 Studierende, die dort eine Prüfungsleistung durchgeführt haben. Hier sieht man die Veranstaltung mit E-Klausuren, aktuell 45 Veranstaltungen an der Universität Bremen, die das genutzt haben. Prüfungstermine, hier sieht man die hohe saisonale Erhöhung durch die, ist klar, dann werden Klausuren geschrieben, die werden halt vor allem am Ende des Semesters geschrieben, da versuchen wir noch irgendwie dahin zu kommen, also in den USA gibt es zum Beispiel sogenannte Walk-in-Prüfung, da kann man dann sagen, heute ist mein Lucky Day, heute gehe ich in die Verfahrensprüfung oder so, oder die Mathe-Prüfung, das haben wir bisher noch nicht hingekriegt, dazwischen werden teilweise Einsichten gemacht, oder Probeklausuren, das ist auch wichtig zur Akzeptanzsteigerung, dass man mit den Studierenden vorher mal eine Probeklausur macht, dass sie es tatsächlich mal ausprobieren können, weil plötzlich soll da irgendwie am Computer getestet werden und wie gesagt, wenn es darum geht, ob ich an der Uni weiter studieren kann oder nicht, ist das sehr wichtig. Wir haben befragt, Vorteile aus Sicht der Studierenden, was sie besonders interessant fanden, oder 600 Studierende sind da befragt worden, also was die am tollsten fanden, ist natürlich die sofortige oder schnelle Ergebnissrückmeldung, man wartet halt nicht drei Monate auf das Ergebnis oder zwei, sondern weiß sofort, wie gut war ich, und wenn man halt 80% oder so hat, dann weiß man auf alle Fälle, okay, ich habe da auf alle Fälle bestanden. Die finden es auch gut, dass die Prüfungsfragen relativ schnell zu bearbeiten sind, das System ist so, dass man auch zwischen den Prüfungsfragen hin und her springen kann, und ja, der Rest dann, der Themen, da wird dann zum Beispiel auch gesagt, dass sie es ganz gut finden, und dass eigentlich eher weniger Formulierungsprobleme da sind, dank MC, man muss halt nur was ankreuzen, man muss nichts schreiben, das wird ein geringerer Schreibaufwand, also es ist einfach insgesamt ein bisschen einfacher, man kann Eingaben einfach ändern, umstrukturieren, löschen, und die Möglichkeit zum Raten wurde gar nicht so häufig gesehen, oder die Studierenden haben nicht so ehrlich geantwortet, kommt so ein bisschen auf die Klausuren an. Was sind Nachteile? Also wir haben damals eigentlich schon unserer Meinung nach die leisesten Tastaturen gekauft, das waren nicht diese alten IBM-Tasten mit diesem Klack-Klack-Klack-Punkt, und trotzdem muss man einfach sich vorstellen, 120 Leute sitzen in einem Großraumbüro und hämmern auf irgendwelchen Tastaturen rum, und in der Prüfungsanspannung ist man ja auch vielleicht noch ein bisschen energetischer unterwegs, das heißt also, wir haben ja letztes Jahr den Medida-Pri fürs E-Learning-Center gewonnen, Teil des Geldes geht tatsächlich jetzt in neue Tastaturen, die nochmal leiser sein sollen. Schauen wir mal, ob das besser wird. Was natürlich negativ, also gerade, weil das vor allem geschlossene E-Klausuren waren, keine eigene Begründung, Darstellung und Ideen, das nervt die Studierenden natürlich auch, und teilweise fühlen die sich halt auch nicht ernst genommen, wenn sie irgendwie sagen, ich muss jetzt dieses große Thema lernen und so, und das soll dann zum Schluss über ein Kreuzchen abgefragt werden, ist das so richtig? Also insofern muss wirklich viel Aufwand stecken in interessante Fragen. und dann natürlich auch, dass die Lösungswege nicht berücksichtigt werden und bewertet werden, das ist auch ein Thema. So hat man früher immer gesagt, naja, aber da habe ich mich dann verrechnet, aber das ist doch irgendwie richtig und da kann man noch einen Punkt rausholen, das ist dort schwierig. Also insofern sind das schon so Sachen, die man eigentlich erwartet hat, man muss natürlich hier sehen, also das sind jetzt 20%, also ungefähr 15%, sagen dann tatsächlich zu viele Wissensfragen, die das Bulimie-Lernen fördern. Also insgesamt muss man natürlich sagen, das hängt immer natürlich an den Klausuren ab. Es gibt Klausuren, wo das Studierende gar nicht gesagt wird und es gibt Klausuren, da sagen 30 oder 40% der Studierenden das. Da muss man natürlich einfach sagen, da ist einfach schlechte Klausuren gestellt worden. Vorteil aus Sicht der Lehrenden, also vor allem die Zeit ersparen ist. Wobei, wenn man natürlich sagen muss, wenn das Ding mal im Kasten ist und es läuft und ich dann nur noch meinen Itempool ergänzen muss, währenddessen der Initialaufwand extrem hoch ist und wenn man schlechte Fragen stellt, sondern sehr viel zum Beispiel Kurzfreitext Wissensabfragen macht, die sind ganz schnell verbrannt, diese Fragen, weil das kann man sich einigermaßen merken, nach der Klausur sofort auf Facebook wird dann irgendwie hochgestellt, dies und das und jenes, die Frage und so und dann sieht man richtig in der Auswertung, wie, also das ist dann ein Tag, der nächste Tag wird ja die Klausur teilweise nochmal geschrieben, ist die Lösungswahrscheinlichkeit dann schon bei 60% und so und dann muss man diese Frage rausnehmen und dann hat es schon wieder eine Frage aus Itempool verloren. Okay, ansonsten auch die Lehrenden sagen, keine Berücksichtigung von Lösungswegen und Folgefehlern ist möglich. Fazit zur Qualitätsverbesserung durch E-Klausuren, die Objektivität, Ökonomie und direktes Feedback ist sicherlich gut gegeben, die Lernlenkung wird eher ein bisschen negativ gesehen, also der Washback-Effekt, wenn es nicht gut gestaltet ist, führt es eher dazu, dass die Studierenden nicht gut lernen und die Validität ist sehr unterschiedlich, das liegt sehr stark daran, was dort eigentlich abgefragt worden ist. Wenn man Fazit jetzt ziehen will, aus unserer Sicht, drei Jahre Testcenter, also wir haben tatsächlich bisher noch keinen Auswahl gehabt in der Prüfungssituation, das liegt aber daran, dass die Sachen dreh- und dann ausgeführt sind und so weiter und so fort und wir ganz genaue Workflows haben, die können Sie bei uns auf der Homepage runterladen, sich das anschauen, wie machen wir das. Wir haben drei Personen, die sich nur um dieses Testcenter kümmern und insgesamt man gewinnt Zeit, aber man muss sie auch wieder in gute Fragenkatalogen hineinstecken. Also insofern würde ich sagen, wenn man die Zeit nicht in gute Fragenkataloge investiert, dann wird es grenzwertig. wo ich stark involviert bin, ist halt diese prüfungsdidaktische Beratung und Qualifizierung, dass wir einfach, wir würden gerne sowas, also Zentrum nicht, aber zumindest einen Arbeitsbereich kompetenzorientiertes Prüfen einführen, wo wir einfach den Kollegen, Kolleginnen da einfach helfen können, bessere Prüfungen zu machen. Zu den Kosten, diesen Raum, den Sie dort gesehen haben, der Umbau hat ungefähr 300.000 Euro gekostet, diesen Raum umzubauen. Die IT-Ausstattung haben wir über einen DFG-Antrag finanziert. Da haben wir da gab es, haben wir also nochmal 300.000 Euro ungefähr investiert. Gesamtinvestitionen, also über eine halbe Million Euro für diesen Raum mit 120 Testplätzen und drumherum halt auch. Das muss ja also, die Studierenden müssen an einer Seite so eine Schleuse hineinkommen und wenn sie die Prüfung gemacht haben, muss auf der anderen Seite ein Ausgang sein, wo die wieder rausgehen können, weil wenn die anderen reinkommen, das ist ein bisschen wie am Flughafen. Also es gibt noch keine Leibesvisitation, aber ansonsten muss man alle das auch tatsächlich dann umsetzen, damit man es professionell dann hat. Wann ist das sinnvoll? Also wenn man jetzt nicht einfach nur Text, Freitext macht und sagt, ich möchte einfach eine klare Schrift haben, dann würde man sagen, man sollte schon 300 Kandidaten pro Prüfung haben, wenn man es selber umsetzt, mindestens 50 Rechner pro Raum, weil sonst haben sie, sie müssen jedes Mal für den, also am Anfang haben wir das natürlich auch mit irgendwelchen Zipppools gemacht. So, da hat man irgendwie ein Zipppool, da sind irgendwie 14 Rechner, da sind irgendwie 40 Rechner, von denen funktionieren aber 10 nicht richtig, also muss man immer so paar vorher abziehen. Dann hat man ganz viele Personen, die dort das organisieren müssen, da drinstehen, Aufsicht haben und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben dann für die Prüfungsdurchführung plötzlich wieder ganz viele Ressourcen, die sie einsetzen müssen, das macht eigentlich keinen Sinn. Und sie haben natürlich auch unglaubliche Rüstkosten, bis diese Räume funktionieren. Das dauert halt einfach zu lange und sie haben keine kontrollierte Umgebung. Sie nehmen den Zippraum, der eigentlich bis Tag vor der Prüfung genutzt worden ist von Studierenden. Wer weiß, was da alles irgendwie auf diesen Rechnern da so läuft. Die Rechner müssen erstmal komplett für die Prüfungsperiode komplett neu aufgesetzt werden und so weiter und so fort. Das ist horrend, was da für ein Aufwand ist. Das kam einfach nur dadurch, dass unsere Leute im ZMML halt einfach mit Herzblut in diese Projekte reingegangen sind, aber das ist keine Dauerlösung. Und wenn man es institutionalisieren will, dann muss man tatsächlich so einen Raum haben. Und auch die ganzen Kollegen, die jetzt das sehr stark einsetzen, sagen, wir werden das auch nur dann einsetzen, wenn das institutionalisiert ist. Wir wollen wissen, dass diese Arbeit, die wir jetzt reinstecken, die nächsten drei, vier Jahre auch gesichert ist, dass sich das dann laufen lassen kann. Und nicht nur sagen, ja, wir machen jetzt mal ein Projekt, ich stecke da sehr viel Zeit rein und mache zwei Semester und sage, das Projekt lassen wir jetzt mal, da wäre Aufruhr bei uns. Genau, lange Korrekturzeiten pro Frage, also wenn man normalerweise halt länger bräuchte, um eine Frage zu korrigieren und es müssen eigentlich am besten kurze Klausuren mit vielen Fragen sein. Das sind, also dann ist es am sinnvollsten und hier unten habe ich noch mal Alternativen aufgestellt. Also man kann natürlich, wenn man Autorenkollektive reinbringt, dann könnte man das auch in kleineren Veranstaltungen nutzen, weil dann einfach viel mehr Leute Items aufstellen oder was man auch machen kann, ist man kann natürlich auch von Studierenden Items erstellen lassen. Also die Idee, dass die erstmal darüber nachdenken, wie könnte man eigentlich was abtesten, das ist eine ganz spannende Idee. Zusammenfassend, E-Assessant, was nun? Also Schritt 0 ist glaube ich auf alle Fälle immer die Prüferin zu unterstützen, überhaupt erstmal eine Idee davon zu kriegen, was man damit machen kann. Man sollte auf alle Fälle natürlich auch erstmal Fehler vermeiden. Das war vorhin diese Test-Wiseness. Also das ist Grundvoraussetzung, weil sonst sind auch die Studierenden fühlen sich nicht ernst genommen. Und es gibt auch viel zu viel Kritik von den Kolleginnen und Kollegen, die es nicht machen und die sagen, ja, ihr mit euren komischen Multiple-Choice-Tests da, ja, also hier, meine Studierenden haben mir erzählt das und das und so und dann hat man überhaupt keine Argumentationsgrundlage mehr, wenn man wirklich solche grundlegende Fehler gemacht hat. Man sollte eher anspruchsvoll prüfen und durch Nutzung von authentischem Material auch motivierend prüfen und ganz wichtig ist, dass da ab einem bestimmten Punkt so ein Verstetigungsprozess hineinkommt, weil man das sonst nicht im Kontext von der Universität sinnvoll einsetzen kann. Also wenn man das nicht verstetigt und das nicht als ein Service anbietet, dafür sind diese Prozesse zu aufwendig, als dass man es einfach nur als Projekt also über mehrere Jahre halt machen kann. Ja, okay, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus